Mein Name ist Daniel Schwarz und ich bin Koch und Foodstallist. Meine Leidenschaft ist es, Essen in wirklich all seinen Facetten auf den Teller zu bringen. Gerne auch serviert und angerichtet auf Geschirr mit leuchtenden und richtig schönen kräftigen Farben. An so regengrauen Tagen wie heute erzeugt dieses Geschirr natürlich sofort Bilder in meinem Kopf. Eine kleine Bar am Strand, Sommer, Sonne, mediterranes Flair, frischer Fisch, Obst, Gemüse, Meeresfrüchte und ganz besonders natürlich auch die Farben, das Blau und Grün vom Meer, das Gelb vom Sand und die braunen Erdtöne. Diese Farben finden sich auch in der Kollektion Perfect Match. Die reaktiven Glasuren sorgen für eine besondere Optik und machen wirklich jeden Teller, jede Bowl, jede Tasse zu einem einzigartigen Unikat. Und diese handwerkliche Optik inspiriert mich vor allem für die mediterrane Küche, funktioniert aber auch als toller Kontrast im Fine Dining. Diese unzähligen Kombinationsmöglichkeiten geben mir einfach absolut Freiraum und machen so richtig Spaß.